Sie hat mich ganz alleine aufgezogen. Eine einfache Frau. Sie ist zum Bärersatzkommando gegangen und hat gesagt, dass ich ihr einziger Sohn bin und studieren muss und deswegen nicht eingezogen werden darf. Mutige Frau. Und hat sie eine Nacht lang festgehalten. Wegen Pflichtvergessenheit. Eine 68 Jahre alte Frau. Verstehen Sie? Los. Wir verschwinden von hier. Tut mir leid, Martin. Ich kann dich nicht mitnehmen.